Hallo Freunde, und jetzt geht's los. Komm mal mit meiner ersten Karte. Tike Meier. Hier sind ganz viele ÖVP-Karten. Das ist meine Lieblingsmannschaft. Hier sind nochmal welche. Das beste Mannschaft der Welt. Hier sind nochmal so Logos. Und hier, weißt du, hier sind nochmal so Fernkarten. Hier Legende. Leipzig-Karten. Hier. Mit Timo Werner am Start. Mo Kuckoo. Mh, Kuckoo meinte ich. Mario Götze. Hier auch noch Mario Götze. Hm, und dann? Jetzt hier so ein Patrick Schietz. Hier ist Gladbach. Oder bei der... Gladbach. Hier ist Werder Bremen. Mainz. Und in Berlin. Hier sind nur so Power-Karten. Schalke. Hier Zerrode. Kuna Asano. Hier Hertha Spieler. Hier. Hier Köln-Spieler. Hier sind noch ein paar Spieler. Hier. Hier sind noch so einzelne Spieler. Hier. Hier noch ein Einzelner. Ich glaube, da habe ich eine überschlagen. Hier der hier. Der. Von St. Pauli habe ich zwei. Hier sind dann noch welche. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Hier sind noch welche. Und hier. Hier sind auch noch ein paar. Spieler. Und das war's mit dem Video. Hier seht ihr noch mal Süle. Kimmich. Weißt du. Und hier seht ihr noch mal welche krasse Spieler. Hier. Jetzt sage ich euch das Spielfeld. Das steht. In diesem Fall. So aus. Auf jeden Fall auch so ein sehr cooles Spielfeld. Fertig mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch Spaß. Spaß. Da ist dein Abo da. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht.